Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Vlog. Ja, heute gibt es einiges, und zwar bei Filmen geht es natürlich um den Hobbit. Was sind meine Impressionen, auch wenn ich es in der Kritik hier schon preisgegeben habe. Ich habe auch ein bisschen live gefilmt, davor und danach meine Impressionen ein bisschen eingefangen. Dann gibt es bei Literatur gibt es da wieder einige neue Mangas, unter anderem gibt es da den neuen Fairy Tail Band. Dann gibt es natürlich bei Spielen wieder einiges. Ich werde ein bisschen mehr von der Wii U erzählen. Und ich werde zeigen, wie ich ein bisschen die anderen Spiele gespielt habe, Nintendo Land, New Super Mario Bros. U. Wie finde ich das Spiel denn jetzt mittlerweile? Genauso schlecht wie den anderen oder vielleicht besser? Dann geht es weiter natürlich noch um Assassin's Creed 3, The Binding of Isaac und, und, und. Dann geht es bei der Rubrik YouTube geht es ein bisschen darum, dass ich euch noch ein bisschen erzähle, wie ich jetzt meine Tim Review-Reihe gestalten möchte und was ich hier auf diesem Kanal noch vorhabe und wie ich mit meinen anderen Videos vorankomme. Bei Sport geht es nicht nur darum, was ich so gemacht habe, sondern auch um den Tables, Letters and Chairs Pay Per View vom Wrestling. Und bei Sonstiges hatte ich Besuch von einem Freund und das geht jetzt los. Ja, hallo, ihr habt es gesehen, ich habe jetzt so eine kleine Anmoderation am Anfang, um euch ein bisschen daran einzustimmen, was ich hier jetzt so zu erzählen habe. Ja, fangen wir direkt an mit Filmen. Wie immer ist es natürlich so, ich habe dort oben einen Banner für die, die das vielleicht noch nicht kennen. Wenn ihr dort oben klickt, dann kommt ihr halt da auf diese Rubrik, auf die ihr jeweils klickt. Ich möchte aber gleich anmerken, es kann sein, dass diese Menüs dann erst einen Tag später funktionieren, weil ich meistens das Video vor der Arbeit hochlade und dann erst irgendwie spätabends, nachts nach der Arbeit diese Menüpunkte setze. Das kann ich ja vorher leider nicht machen, während das Video hochlädt. Ja, und natürlich findet ihr diese Links auch für Leute, die mobile Geräte benutzen, auch die Links immer in der Videobeschreibung. Gut, fangen wir an mit Filmen. Ja, ich habe nur einen einzigen Film geguckt, vom letzten Video bis jetzt. Und das war natürlich der Hobbit. Lange habe ich auf diesen Film gewartet. Und ich habe ja in meiner Kritik zum Hobbit und in dem Spoiler-Teil schon ausführlich berichtet. Ihr findet übrigens natürlich wie immer alle Links von den Videos, die ich so hier erwähne, irgendwie nochmal in der Videobeschreibung. Und ich bin immer noch hin und weg. Also jetzt wirklich mit weitem Abstand zu diesem Film ist es ein Meisterwerk und für mich immer noch einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ich kann nicht aufhören, in diesem Film zu denken. Ich höre ständig die Musik. Vor allem das Video, das ich auch unten verlinke, Misty Mountains, Cold. heißt das Lied, da gibt es einmal das Original, dann gibt es den Score aus dem Film und noch so einen kleinen Remix gibt es davon. Ich liebe dieses Lied. Ich kann es schon auswendig singen. Ich singe es dauernd. Es geht mir nicht aus dem Kopf. Es ist einfach, es hat so eine gerne Stimmung, wenn ihr dieses Lied hört. Es spiegelt so gut wider, dass die Zwerge ohne Heimat sind. Und das ist halt so ein Männerlied. Die sind ohne Heimat, die sind verzweifelt, aber sie sind stolz. Sie geben sich nicht auf und sie sind auf der Suche nach einem Platz, wo sie hingehören. Und diese stolze Hoffnung, dieses Nicht-Aufgeben, das spiegelt sich so in diesem Lied wieder. Das ist so kraftvoll. Ich habe das auch schon mal auf Facebook kurz geschrieben. Ich bin richtig in Rage darüber, was die ganzen offiziellen, ach so tollen Experten und Kritiker sich gerade das Maul zerreißen. Wie kann es denn sein, dass wirklich, ich lese nichts anderes auf Facebook im Moment, als dieser Film ist ein Meisterwerk. Alle Leute sind hin und weg. Es gibt bestimmt auch welche, die mal gesagt haben, der Film war nicht so für mich. Aber was die Medien sich erlauben da, der Film hat einen Metascore von was weiß ich, von 50 Prozent. Diese ganzen sogenannten Experten denken sich irgendwelche Sachen aus, um diesen Film zu kritisieren, die sowas von weit hergeholt sind. Also Dinge, die ich total gut fand. Ich meine, wie kann man denn diesem Film vorwerfen, er würde sich nicht an die Buchvorlage halten. Das ist doch gerade das Geilste an diesem Film, dass er eben mehr aus diesem Film macht. Dass er gewisse Stellen zeigt, wie zum Beispiel der Kampf gegen einen gewissen Bösen, der halt in dem Buch zwar erwähnt wird, aber der halt im Film jetzt richtig thematisiert wird. Und es werden richtig Konferenzen gezeigt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Was auch Beziehungen zu alten Charakteren aus dem Film darstellt, die im Buch so überhaupt nicht wirklich erwähnt worden sind. Und das ist so geil. Ich freue mich da so drauf, weil ich im Buch habe das gelesen und habe gedacht, okay, da war Gandalf die ganze Zeit. Aber gut, hätte man auch zeigen können. Und jetzt wird es im Film tatsächlich gezeigt und ich freue mich so auf den nächsten Teil. Dann diese ganzen nächsten Passagen mit einer gewissen Person da im Wald, die sie treffen. Das wird doch bestimmt so cool umgesetzt. Oder im Nachtwald oder das mit den ganzen Elfen danach im dunklen Wald. Das sind jetzt keine großen Spoiler. Das sind jetzt halt nur Worte, damit die Leute wissen, wovon ich rede. Das wird so gut. Da bin ich mir sicher. Und klar, im letzten Teil das große Finale mit dem Drachen und vor allem mit dem Kampf davor und so. Und danach, ich freue mich da so tierisch drauf. Ich bin wieder so hibbelig bis zum nächsten Teil. Vor allem, wenn ich dieses Lied wieder höre. Naja, aber ich verstehe es nicht, wie offizielle Experten und Kritiker, die sich so schimpfen, einen Film so runter machen, der einfach mal wirklich so gut ist. Ich meine, die Optik und die Musik, allein das kann man dem Film doch, muss man dem Film zusprechen, wie gut der Film in diesen Punkten ist. Ich verstehe es einfach nicht. Das haben mir viele Leute geschrieben. Ich soll mich darüber nicht aufregen, aber es regt mich einfach auf. Weiß ich nicht. Man kann ja, aber ich will jetzt nicht erwarten, man soll den Hobbit, dass alle den in den Himmel loben und alle sagen, bester Film, bester Film. Aber den Film so niedermachen, das ist einfach schwarz-weiß gemalt. Das ist, verstehe ich nicht sowas. Ich meine, der ist bei IMDb, ist der mit 8,8, wäre irgendwie auf Platz 12 der besten Film aller Zeiten. Er ist dann zwar runterskaliert auf 8,5, weil halt nur die gewertet werden, die regelmäßig voten. Trotzdem, das ist eine Hammerwertung. Na gut. Wie gesagt, ich habe ja natürlich trotzdem ein bisschen mit aufgenommen, wie ich so da war, wie wir da hingekommen sind, im Kino und ein bisschen meine Eindrücke danach und das zeige ich euch jetzt mal. Es ist soweit, der Hobbit wird geguckt und jetzt aber erstmal, war ich ewig nicht mehr, erstmal was essen. So, jetzt kann der Tag losgehen. Ah, Hamburger Real, Käse und Pommes. Es ist wirklich lange her, dass ich es mal so richtig bei McDonalds war. Mal gucken, ob sich das verändert hat, Geschmack. Es ist soweit. Es geht rein. Der Hobbit! Es geht rein. Es geht rein. Ja. Ja, Halbzeit bei Der Hobbit. Also nicht Halbzeit. Ich glaube, der geht schon 105 Minuten, ungefähr eine Stunde läuft er noch. Und Hammer. Also, ich bin, im Moment bin ich ganz hin und weg. Es ist, erstens bin ich ziemlich beeindruckt, wie gut der Film aussieht. Es ist unglaublich, wie die Mischung aus 3D und vor allem dieses HFR, Higher Frame Rate, das halt mit mehr Bildern pro Sekunde läuft. Es sieht so gut aus. Ich bin immer noch, ich bin total geflasht. Story-technisch bin ich so begeistert, dass halt nicht nur das Buch verfilmt wird, sondern dass sie halt ganz viele Sachen extra dazu erfunden haben. Dass sie Themen auch wirklich filmerisch umsetzen, die im Buch gar nicht so eine große Rolle gespielt haben, beziehungsweise schon eine Rolle gespielt haben, aber ja nicht groß beschrieben wurden. Wie zum Beispiel, dass sie halt die ganzen, die Nekromantengeschichte richtig ausbauen und den braunen Zauberer gezeigt haben. Also, ich kann es auch gar nicht in Worte fassen. Ich bin nur im Moment in der Mitte und bin noch völlig sprachlos. Ich melde mich dann, würde ich sagen, nach dem Film nochmal. Was sagen wir im Moment? Liese, 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 Liese. Über den Film. Liese, 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 Liese. Wir gehen gerade ins Kino, machst du das Handy bitte aus? Nein. Neben mir sitzt ein Kollege, der leider so wichtig ist, dass er während des Films erst ein Essen schreiben muss. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist. Das Handy ist zwar lautlos, aber es ist trotzdem nervig, denn das Bett ist auf einmal so im Augenblick. Das nervt wirklich. Okay, wir sind im Kino, ich mache mal wirklich die Kamera aus. So, wir sind raus. Wir sind auch schon mal auf dem Nachhauseweg. Und ich kann jetzt im Moment gar nicht richtig wiedergeben. Ich bin immer noch ganz hin und weg. Ich werde mir jetzt Gedanken machen und das Ganze erstmal in Ruhe in meinem Kopf sortieren und eine Kritik dazu schreiben. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, ich bin total begeistert. Ein Kinoerlebnis wie ein solches, das erlebt man selten. Und vor allem, Leute, geht da rein, guckt euch allein mal an, wie die Zukunft des Kinos aussieht. Mit diesem HFR, Higher Framerate, mit 3D zusammen. Ist mir gerade völlig egal, dass ihr mich kaum seht, weil es so dunkel ist. Ihr sollt mir hauptsächlich zuhören. Es sah so unglaublich gut aus. Hammer. So, jetzt nochmal kurz zur Tanke. Ich habe wieder einen kleinen Snack irgendwie holen. Und dann gehen wir gleich mal an der Ruine vorbei, da wo gebrannt hat. Ja, also es ist da hinten dunkler, als ich dachte. Ich dachte, es steht mehr im Licht. Man erkennt jetzt hier nichts. Naja. Dafür riecht man es umso doller. Es ist hier jetzt schon eine Weile her und trotzdem riecht es noch unglaublich intensiv nach Rauch. Naja, es ist eine üble Geschichte, dass sowas passiert. Ich stand ja groß in den Nachrichten, habt ihr vielleicht gelesen hier, die Handlung Knutzen. Hier komplett abgebrannt in Kiel. Naja, ich bin immer noch geflasht und bin bis nach Hause auch immer noch geflasht. Ja, also ihr habt gesehen, ich war da schon irgendwie total überwältigt und bin es immer noch. Vor allem, für die, die den Film immer noch nicht gesehen haben, ich möchte es nochmal erwähnen. Gebt das Geld aus und guckt euch mal an, wie ein Film heutzutage nicht unbedingt nur in 3D. Es geht hier nicht um 3D-Effekte, es geht um 3D und HFR, Higher Frame Rate. Es geht halt darum, dass der Film in 48 Bildern pro Sekunde läuft und dass normale Kinos für dieses 3D die Bilder 2-3 Mal auf die Lahnwand werfen mussten. Und das erzeugt dieses, was man im Kino als leicht unscharf oder flimmer betiteln würde. Und das hast du mit HFR nicht. Ich habe noch nie einen Film so groß in einer so guten Qualität gesehen. Ich und das ganze Kino waren sprachlos, man hat das richtig gehört, dieses Raunen. Guck mal, wie gut der Film aussieht. Es war einfach nur der Hammer. Also guckt euch mal dieses HFR an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ansonsten geht einfach ein bisschen was verloren. Der Film ist trotzdem geil. Aber gerade das war einer der Punkte, wo ich gedacht habe, boah, Alter, guck dir das an, ey. Ja, das war es auch schon mit Filmen. Mehr Filme habe ich nicht gesehen. Und deshalb gehen wir mal weiter zu Büchern. Und da habe ich mir neue Mangas geholt. Aber ich bin nicht einfach nur losgegangen. Ich habe das auch noch ein bisschen gefilmt. So, da es ja beim letzten Mal in der Kategorie Literatur wenig zu berichten gab, bin ich diesmal jetzt mal wieder am Aufstocken. Bin hier im lieben Gandalf. Ja, One Piece ist leider nichts neu. Aber Fairytale ist der neue da. Und wo war das? Da. Die sind Homunculi. Ja, guck mal, jetzt habe ich die drei gemopst. Jetzt ist die drei alle. Und genau. Beim letzten Mal hatte ich ja Deadman Wonderland, den zweiten Band. Den nehme ich mir jetzt auch mit. Und dann habe ich hier auch mal wieder ein bisschen was zu lesen. Ein bisschen Mangas. Natürlich werde ich auch weiter Der Schwarm lesen. Und auch Der Wolkenatlas. Nur Der Wolkenatlas hat mich halt hauptsächlich nur interessiert. Den werde ich jetzt nicht, denke ich mal, durchlesen. Mich hat nur sehr interessiert, wie sehr die Unterschiede zum Film da sind. Und das habe ich ja schon eigentlich ganz gut erfasst. Von daher werde ich die jetzt mal bezahlen. Hier ist auch gleich Feierabend. Ja, und dann werde ich euch jetzt gleich mal berichten, wie ich die so fand. Ja, also, da haben wir hier zum einen den neuen Teil von Deadman Wonderland. Leider bin ich aber noch nicht dazu gekommen, den zu lesen. Deshalb möchte ich jetzt nur einmal anmerken, ich habe ihn mir geholt. Und ich werde ihn demnächst mal lesen. Nur, ich habe mich halt eher mit anderen Dingen in der letzten Zeit beschäftigt. Vor allem mit Spielen im Moment. Warum, ist im Moment ja wohl klar. Dann habe ich allerdings, den habe ich gelesen. Das ist der neue Teil von Homunculus. Und hier bin ich mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass dieser Manga ist halt total surreal. Der dreht total ab auf einmal. Der wird total skurril und fesselt mich überhaupt nicht mehr. Also, ich bin total raus. Ich habe das Ende nur noch überflogen. Es geht halt immer noch darum, dass er jetzt seine Fähigkeiten hat mit dem Auge und halt die wahre Seele eines Menschen sehen kann. Das heißt, Probleme, die ein Mensch hat. Aber das wird auf so eine komische Art dargestellt. Und, nee, also, mich hat der Manga auf jeden Fall verloren. Ich werde mir nach dem dritten Band jetzt keinen weiteren Teil mehr davon holen, sondern mir jetzt stattdessen irgendwie einen Ersatz suchen, weil ich möchte immer aktiv einen oder zwei Mangas lesen, abgesehen von dem Buch, das ich ja nebenbei lese. Ich bin ja nebenbei noch der Schwarm am Lesen. Da bin ich aber auch nicht großartig weitergekommen. Wegen der Spiele. Aber dann habe ich auch noch Fairytale gelesen. Das ist ja ein schoner Manga, der geht ja recht schnell durchzulesen. Und der hat mir sehr gut gefallen, der neue Fairytale-Band, weil er sich wieder stark auf die Charaktere konzentriert hat. Die alte Geschichte ist gut zu Ende gebracht worden. Und dann wurden wieder witzige Szenen neu eingebunden mit den Charakteren. Ich musste wieder sehr viel lachen. Und dann ging es halt auf in diesen neuen Kampf. Was ich bei Fairytale im Moment halt auch so ein bisschen schade finde, das ist so ein Fehler, den Shaman King, äh, doch, Shaman King gemacht hat, dass es immer von Action zu Action geht. Das ist bei Fairytale zwar auch, aber hier, finde ich, hat das Ganze irgendwie immer mehr Charme. Und sie schaffen es irgendwie, die Charaktere und die Hintergrundgeschichten, die transferieren sie irgendwie immer innerhalb dieser Kämpfe und innerhalb dieser Actionszene. Also hier gibt es unglaublich viele Charaktere, die schon eine Hintergrundgeschichte haben und die vor allem sehr viel miteinander agieren. und das gefällt mir so gut bei Fairytale. Und natürlich ist es auch immer spannend, jetzt zu gucken, wie dieser neue Kampf, dieses neue Turnier sozusagen ausgeht, auch wenn das echt komische Gruppierungen sind. Naja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Lest ihr Fairytale? Oder interessiert euch das überhaupt nicht? Gut. Ja, das war es auch schon mit Literatur, weil abgesehen vom Hobbit, habe ich mich natürlich hauptsächlich mit Spielen beschäftigt. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal zur Kategorie Spiele. Ja, warum ist klar? Bei Spielen wird es jetzt um sehr viele Dinge gehen und zwar ist natürlich etwas angekommen. Aber ja, das hier. Ich habe die Wii U. Ich habe dazu ja auch schon ein Video gedreht und habe meine Wii U Network ID preisgegeben. Was den 3DS übrigens angeht, so muss ich leider sagen, dass ich gemerkt habe, man kann nur 100 Freunde registrieren beim 3DS. Und das ist sehr schade. Das heißt, ich konnte jetzt ganz, ganz viele eigentlich nicht mehr wirklich registrieren als Freund. Das finde ich ein bisschen doof. Für Leute, die halt ein paar mehr Leute registrieren möchten, so wie ich. Aber es geht leider nicht mehr. Also ich kann ab jetzt leider keine Leute mehr annehmen. Wo sind denn jetzt? Ich hatte mir hier doch was hingelegt. Naja, muss ich gleich mal einen Schnitt machen und die Suche. Ja, die Wii U. Ich würde sagen, fangen wir damit doch direkt an. Ich bin total begeistert von diesem Teppel-Controller. Also noch mehr als beim letzten Video. Vor allem, weil ich jetzt halt auch Nintendo Land gespielt habe. Und dieses Ding hier ist so schön leicht. Es ist so handlich. Und es macht so einen Spaß, mit diesem Ding Sachen zu spielen. Ich habe New Super Mario Bros. U. habe ich übrigens mittlerweile durch. Und wie gesagt, ich habe mir Nintendo Land angeguckt. Unter anderem halt auch mit Tobi. Das ist der Besuch. Um den es ja bei sonstiges nachher noch kurz geht. Geiles Spiel. Also ich habe Nintendo Land ein bisschen Unrecht getan. Es sind wirklich tolle Minispiele dabei. Ich habe noch nicht alle ausprobiert. Aber die meisten. Mir fehlen noch, was haben wir denn hier im Moment? Mir fehlt noch Cap Falcons Twister Race. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Donkey Kongs Crash Course. Und Balloon Trip Breeze. Die letzten drei, die in dieser Liste stehen. Den Rest habe ich mir angeguckt. Es sind tolle, auf jeden Fall tolle Partyspiele dabei. Hauptsächlich haben wir halt uns angeguckt. Wie heißt das? Luigi's Ghost Mansion haben wir uns ein bisschen angeguckt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, gegeneinander zu spielen. Dann haben wir das Versteckspiel gespielt. Welches war das? Moment, ich suche das mal eben. Ach ja, Mario Chase, genau. Sehr schlecht fand ich The Legend of Zelda Battle Quest. Fand ich sehr, sehr langweilig. Pikmin Adventure ging so. Metroid Blast ist ein paar Mal ganz witzig gewesen. Dann war es langweilig. Octopus Dance mochte ich überhaupt nicht. Takamaru's Ninja Castle mochte ich auch nicht. Animal Crossing Sweet Day habe ich gar nicht richtig selbst gespielt. Da habe ich mir zugeguckt. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, was... Also, wenn ich gerade sage, gefällt mir ganz gut, sind das trotzdem lustige Minispiele. Vor allem gefallen mir halt sehr viele Minispiele mit mehreren sehr gut. Aber jetzt kommen wir zum fiesen Punkt. Hier gibt es nämlich ein kleines Minispiel, das macht total süchtig im Singleplayer. Und das ist Yoshis Flutkart. Und ich blende das ja hier gerade mal ein. Es geht halt darum, falls das Leute noch nicht kennen, du hast halt hier, da auf diesem Bildschirm, hast du halt deine Früchte, die du da jetzt halt siehst. Im Moment, ich blende übrigens gerade anderes Gameplay-Material, als das, was ich hier gerade auf dem Tablet habe. Und du musst dann halt hier auf diesem Tablet, musst du dann halt die Linie ziehen, wo es dann hier ist mein Stylus. Ich zeige euch das mal so ein bisschen. So, ihr habt jetzt hier praktisch diesen Bildschirm und ihr könnt jetzt auf diesem Bildschirm hier diese Linien ziehen. Und ihr müsst halt versuchen, diese Linien halt möglichst gut so zu malen, dass ihr die Früchte erwischt und am Ende in eine Tür kommt. So, wenn ihr das habt, klickt ihr auf Los. Und dann müsst ihr wieder auf den Bildschirm zurückgucken und dann seht ihr, was ihr wirklich getrieben habt. Aber, Moment, wie ihr halt seht, seht ihr hier drauf praktisch wirklich nichts. Ihr seht die Früchte nicht und die Hindernisse auch nicht wirklich. Und müsst halt trotzdem versuchen, irgendwie den Weg zur Tür zu finden. Ja, und so sitzt ihr hier und malt halt diese Linien. Und es wird immer, immer schwieriger. Und das Tolle ist, es ist jedes Mal anders. Es hat so diesen The Binding of Isaac oder Lufia-Turm-Effekt. Jedes Mal, wenn du das neu startest, hast du halt andere Früchte, die du irgendwie erwischen musst. Und dadurch, weiß ich nicht, ich bin so geflasht, dass ich immer wieder versuche, ein Highscore zu kommen oder immer wieder weiter zu kommen. Dass ich immer wieder diese Spiel spiele, weil es so einen Spaß macht, immer wieder diese Linie zu ziehen. Und, ach, weiß ich nicht, es macht einfach tierisch Laune, dieses Minispiel. Also damit haben sie mich völlig erwischt. Und das ist so damals wie bei WePlay das Panzerspiel gewesen. Wobei, das hatte man irgendwann durch. Irgendwann war ich in dem Spiel halt so gut, dass ich das eigentlich fast immer bis zum 20er-Level geschafft habe. Und dann fing das halt langsam an. Das hat aber ein bisschen gedauert. Und bis dahin war das Panzerspiel super witzig. Aber das hier, hier gibt es ja nicht wirklich ein Ende. Hier geht es ja um den Highscore. Gefällt mir. Einfach super gut, der Spiel. Also Nintendoland ist doch ein bisschen witziger, als ich dachte. Vor allem im Multiplayer. So, und dann kommen wir mal zu New Super Mario Bros. U. Wir haben es halt auch zu zweit, also zu zweit gespielt. Zu dritt ging leider nicht. Und wir haben halt das mal ausprobiert, dass man halt, man kann ja hier drauf rumtippen und dann halt diese Blöcke erzeugen. Und damit kann man halt entweder den anderen total ärgern, indem man immer wieder diese Blöcke hinsetzt. Oder du kannst ihm halt helfen. Und das fand ich super. Aber es war so interessant, dem anderen halt Blöcke hinzusetzen, die ihm helfen. Und ein bisschen witzig ist es auch, ihn zu ärgern. Aber es macht mehr Spaß, im Multiplayer wirklich den anderen damit zu helfen. Und den vielleicht an Orte zu, ja, zu lotsen, zu denen er so in dem Moment gar nicht gekommen wäre. Wie gefällt mir der New Super Mario Bros. U im Singleplayer? Nun, also ich habe es durch. Ich hatte es eigentlich recht schnell durch. Ich glaube, es war nach vier Spielstunden hatte ich das Spiel durch. Und es war auch total einfach. Also es war wirklich, wirklich wieder kinderleicht das Spiel. Auch wenn es zu viele hilfreiche Items gab. Du hast jetzt diesen Anzug, den hast du andauernd gekriegt, mit dem konntest du fliegen. Du hattest den rosa Nenjoshi, mit dem du halt die ganze Zeit fliegen konntest, wenn du ihn nicht verloren hattest natürlich. Und du hast sehr viele Power-Ups bekommen. Auch sehr nervig, dass man keine Power-Ups mehr sammeln kann. Man muss nach neuen Items oder so, muss man halt andere wieder wegwerfen. Das war total nervig. Also ich hatte am Ende 99 Leben und hatte das geschafft. Und ich glaube, ich musste auch nur in irgendeinem der letzten Level, da habe ich dann tatsächlich auch mal entdeckt, dass es wieder so einen Hilfsmodus gibt. Dann blinkt dieses grüne I für Luigi auf. Das habe ich dann irgendwann auch mal aus Versehen rausgefunden. Und es geht mir gerade wieder nicht darum, dass ich jetzt sagen möchte, oh wie toll ich spielen kann, sondern dass das Spiel einfach echt einfach ist. Und dann habe ich allerdings nochmal weitergespielt. Dann bin ich nochmal ins Minzmeer. Das hatte ich vorher ausgelassen. Also habe das Minzmeer durchgespielt und habe dann angefangen, alle Sternmünzen zu sammeln. Und ich habe auch mittlerweile in den ersten vier Leveln, glaube ich, alle Sternmünzen und habe mir diese Extra-Level mal angeguckt. Und die sind geil. Also erstens kommst du ja in diese Geheim-Level. Die waren schon schwerer als die normalen. Und dann hast du ja diese Sternstraße und hast da nochmal die Extra-Level. Und die sind wirklich schön schwer. Die schaffst du auf jeden Fall nicht beim ersten Mal. Das allererste Geheim-Level, das ich jetzt extra nicht einblende, um nichts zu spoilern, das ging. Das war nach dreimal durch. Aber dann kam halt das zweite Secret-Level. Und da musstest du ja in einem Rutsch durch. Und natürlich wollte ich auch in diesem Level alle drei Sternmünzen sammeln. Und ich hatte keinen Bock, eine Sternmünze zu sammeln, das Level durchzuspielen. Dann die zweite Stern... Nee, ich wollte, wenn, dann gleich alle drei Sternmünzen in einem Run und das ganze Level durch. Und das habe ich dann noch geschafft, aber ich habe tatsächlich 26 Leben habe ich verbraten. Also das war auf jeden Fall schon eine richtig gute Herausforderung. Davon bitte mehr demnächst. Wie gesagt, wir bleiben noch... Ich glaube, ich habe die ersten vier Welten. Das heißt, wir bleiben noch vier Secret-Level und vier Stern-Level. Und die sollen bitte auch weiter schön schwer werden. Dann kann man das Spiel auf jeden Fall mögen. Aber ansonsten ist es ein solides Spiel. Die Steuerung ist wesentlich besser als beim Vorgänger. Leider ist die Musik genauso langweilig und genauso nervig wie beim Vorgänger. Es ist natürlich grafisch deutlich besser. Vor allem gefällt mir das Tablet. Es macht so einen Spaß auf diesem kleinen Tablet, das Spiel auch einfach mal so zu spielen und auf dem Fernseher einen Film laufen zu lassen oder gar nichts anzuhaben, sondern im Bett einfach mal vorm Schlafengehen so ein bisschen Mario zu spielen. Weil das Ding sieht echt gut aus. Das ist zwar 480p, aber es hat eine geile Framerate, also geile FPS. Also mir gefällt das wirklich gut. Das ist halt ein Tablet mit geiler Grafikqualität. Ich finde das super, das Ding. Ich liebe diesen Controller. Und ich freue mich halt umso mehr auf weitere Spiele. Und da kommen wir nämlich noch zum nächsten Punkt. Rayman Legends. Ich habe natürlich auch die Rayman Legends Demo gespielt. Der macht fest, Alter. Ich bin so hin und weg. Ich will dieses Spiel haben. Ich wusste schon, warum ich unbedingt Rayman Legends haben wollte. Ich hatte Rayman Legends vorbestellt, bevor ich überhaupt die Wii U vorbestellt hatte. Und da war dann halt, als Amazon angekündigt hatte, das Ding wird verschoben, da hatte ich dann damals die Wii U gecancelt. Weil ich halt gedacht habe, was soll ich jetzt ohne Pigment und ohne Rayman mir die Wii holen. Ja, aber dann habe ich mir die Wii U doch geholt, die Wii U und mir gefällt sie echt gut. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf Rayman Legends. Bei der Demo hast du drei Level. Das erste Level, da wird so ein bisschen das Miteinander mit diesem Tablet gezeigt. Und ich glaube, dass Rayman Legends vielleicht eines der besten Koop Jump'n'Runs werden könnte, was es gibt. Um das zu erklären vielleicht kurz. Du hast bei Rayman Legends einen Helfer. Dieser Helfer, wenn du alleine spielst, dann aktivierst du diesen Helfer und du steuerst dann hier auf diesem Tablet diesen Helfer und kannst mit diesem Helfer so Hindernisse wegmachen. Du kannst Gegner kitzeln, damit du sie hauen kannst, die du sonst nicht besiegen könntest. Du musst Dinge verschieben, dass du auf ihn rumspringen kannst. Oder du musst Seile durchschneiden, um Events auszulösen. Das seht ihr ja hier, die dir weiterhelfen. Wenn du aber mit mehreren spielst, dann musst du das koordinieren. Dann spielt der andere Glowbox den Charakter und der andere muss halt diesen Helfer auf dem Tablet spielen und muss die Events auslöten. Und das müsst ihr dann gut koordinieren. Das haben wir ja zusammen gemacht. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ja, dann habe ich das zweite Level natürlich noch gespielt und in diesem zweiten Level geht es eigentlich mehr so um das Spiel an sich, wie schön dieses Spiel aussehen kann. Ich saß hier sofort und habe gedacht, wie geil sieht dieses Level aus und wie schön ist die Musik in diesem zweiten Level, weil die Musik so gut. Und es hat so einen Spaß gemacht, dieses lange Level durchzuspielen. Und es war auch schön schwer. Ja, das ist das, weil Rayman Legends, das ist kein Pups einfaches Mario-Ding. Das war richtig schön schwer. Und dann kam das dritte Level. Castle Rock. Und da war es vorbei bei mir. Da habe ich gedacht, alter, wie geil ist das denn bitte? Klar, das war so ein extra, das war prädestiniert für eine Demo, dieses Level. Aber ich möchte zu diesem Level einfach gar nicht mehr sagen. Ich würde sagen, ich blende mal direkt dieses Level mal ein. Und ihr guckt euch das mal selber an. Also, ich würde mich einfach mal darüber sprechen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch einfach nur der Hammer, oder? Wie witzig das Ding ist und was das für einen Spaß gemacht hat. Das Level an sich sieht schwerer aus, als es ist. Das ist eigentlich recht einfach. Aber wenn näher Levels dieser Art kommen, vor allem diese Durchrush-Levels, die machen so einen Spaß. Also ich bin wirklich hin und weg, ich will unbedingt die Rayman Legends Demo spielen. Dann habe ich noch ein bisschen The Binding of Isaac weitergespielt. Und ich mag diesen DLC immer noch nicht, aber ich habe mich ein bisschen damit arrangiert. Ich spiele The Binding of Isaac wesentlich weniger. Ich habe jetzt 39 Spielstunden bei dem Spiel, mehr als ich dachte. Und ich würde schätzen, dass ich die 30 davon ohne den DLC gemacht habe. Und 9 davon jetzt mit. Und mich nerven die Gegner echt an. Ich finde diese Spinnen echt unfair, weil die teilweise sehr unvorhersehbar springen. Das Gemeine ist halt manchmal, wenn du sie abschießt oder manchmal auch so, rutschen sie halt noch so eine Weile über den Boden und manchmal auch um Ecken. Das heißt, selbst wenn du versuchst, sich in Sicherheit zu verstecken, springen die auf einmal und rutschen noch um die Ecke auf dich zu. Und du kannst nichts machen und wirst getroffen. Und das regt mich immer wieder auf, wenn da so unfaire Gegner kommen. Und das ist wesentlich schwerer seit dem DLC. Und auch schon vor The Womp gibt es jetzt halt viele Gegner, die dir ein ganzes Herz abziehen. Das sind halt vor allem diese ganzen Gegner, die diese grünen Bomben um sich werfen. Das heißt, du musst echt aufpassen. Und teilweise kommst du aber auch echt in Räume rein, wo du gar keine Chance hast. Das habe ich halt leider im Moment oft bei diesem Spiel, dass ich das Gefühl habe, gut, du hast jetzt gar keine Chance mehr. Entweder, weil du ganz viel Scheiß-Items bekommen hast. Seit dem DLC kriege ich auch viel mehr schlechte Pillen. Ich kriege dauernd Pillen, die meine Range, meine Speed oder meine Health Down setzen. Einmal habe ich eine Pille bekommen. Oder habe ich, ja, einmal hätte ich direkt hintereinander. Habe ich eine Pille bekommen, Health Down, hatte ich noch ein Herz, Speed Down, da konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und Range Down. Da habe ich aufgegeben. Das habe ich im Moment oft. Aber einmal habe ich mich echt geärgert. Da hatte ich, hatte ich schon drei Herzen dazu bekommen. Und ich hatte mit Judas angefangen. Habe gleich Health Upgrades bekommen. Habe dieses geile Vampir-Berührung bekommen. Also gleich schnell Speed und ordentlich Damage hatte. Full Damage, habe dann noch den Stein sogar bekommen. Geile Items. Und dann habe ich Bucket of Lard bekommen. Also zwei Herzen dazu, aber eine Stufe langsamer. Und dann habe ich eine Pille bekommen. Und die war auch einmal langsamer. Und dann hatte ich Speed 0. Und ich bin so langsam geschlichen. Aber ich habe es tatsächlich, ich habe Mutter getötet. Und war im Womb dann aber leider irgendwann tot. Ich war wirklich stolz auf mich. Weil ich, darf ich mal selber sagen, wirklich verdammt gut gespielt habe. Ihr müsst euch überlegen. Ich war so langsam. Und ich habe es trotzdem immer mal irgendwie geschafft. Auch für ganz vielen Gegnergruppen. Irgendwie richtig gut aus. Es war eine volle Konzentrationssache. Aber ich war in dem Moment, war ich halt motiviert. Und dann habe ich überlegt, dass ich einfach jetzt mir mal eine andere Beschäftigung suchen muss bei The Binding of Isaac. Ich habe jetzt angefangen, Challenges zu machen. Und auch die Erfolge zu sammeln. Und da werde ich mich jetzt eine Weile mal beschäftigen bei The Binding of Isaac. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Dann, genau, dann gab es noch die eine Sache. Und da muss ich die Spiele kurz suchen. Schnitt. So, zum einen wurde mir ja, hatte ich ja Besuch. Und die hatten Pokémon Mystery Dungeon dabei. Und ich habe es dann nicht gespielt, aber die haben mir viel davon erzählt. Und die haben mich davon überzeugt, dass Mystery Dungeon wirklich besser ist als Stranger. Und dass man halt wirklich ein Pokémon spielt und auch Pokémon bekommt und auch Pokémon Kämpfe austrickt. Und dass es mehr Richtung Rollenspiel geht. Und deshalb habe ich mir jetzt Pokémon Mystery Dungeon auf Ebay bestellt. Das wird dann irgendwann mal ankommen. Und dann werde ich mir das mal angucken und mal gucken, wie ich Mystery Dungeon finde. Und er hat mir aber auch Geschenke mitgebracht. Zum einen hat er mir einen One Piece Roman mitgebracht, der halt eine gewisse Passage aus One Piece in Romanform erzählt. Mit ab und zu Bildern. Den habe ich auf Klo. Und das heißt nicht schlechtes, das ist eigentlich was Gutes. Und habe mal angefangen, den zu lesen. Und das ist wirklich interessant. Weil der auch gut geschrieben ist. Der ist wirklich gut und interessant geschrieben. Klar, kenne ich zwar, weiß ich, was passiert. Aber es macht trotzdem Spaß, das zu lesen. Also, falls ihr mal was Neues sucht in Richtung One Piece, könnt ihr euch mal diese One Piece Romane angucken. Dann hat er mir noch vier Spiele geschenkt. Und die sind alle für Xbox. Und jetzt habe ich auch mal Xbox Spiele. Ich habe ja sehr viel Playstation geschenkt bekommen. Aber habe ja nie wirklich was mit der Xbox zu tun gehabt. Und jetzt hat er mich halt wirklich motiviert. Ich werde mir sowieso irgendwann demnächst, wahrscheinlich im neuen Jahr, einmal eine Videopause nehmen. Und mich einfach mal nur mit dem Spiel beschäftigen. Ich werde es wahrscheinlich dann machen, wenn ich mir irgendwann im neuen Jahr Urlaub nehme. Ob es jetzt Januar oder Februar, das weiß ich noch nicht. Ebenfalls, wenn ich dann mal ein, zwei Wochen Urlaub habe. Vielleicht mache ich das auch schon zwischen Weihnachten und Silvester oder im neuen Jahr. Muss ich mal gucken. Sage ich dann hier und auf dem Hauptkanal aber auch an. Und dann mal nur spielen. Natürlich auch Sport. Ich meine jetzt halt die Zeit, die ich da, die ich gearbeitet hätte, wo ich halt Urlaub habe, werde ich auch jemanden besuchen fahren. Wahrscheinlich, ich wollte den Rainer eigentlich mal besuchen fahren oder vielleicht den Yeti-Win. Yeti-Win hat wahrscheinlich gerade anderes zu tun. Der hat ja geheiratet. Herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal. Aber den Rainer wollte ich mal besuchen und noch einen anderen Freund, der aber nichts mit Spielen zu tun hat. Und den Rest der Zeit mal spielen, weil ich möchte Halo spielen. Ich möchte, ja gut, mit Assassin's Creed bin ich ja durch. Das habe ich ja eben erwähnt. Ich möchte Darksiders zu Ende spielen. Ich möchte Edna Brecht aus, möchte ich weiter spielen. Obwohl, das kann man auch gut nebenbei spielen. Dann habe ich mir noch ein Spiel rausgesucht, das ich über Dark Chronicles wollte spielen. Und halt auch jetzt mal diese Xbox-Spiele. Und zwar hat er mir zum einen geschenkt, Xenoblade Chronicles wollte ich auch spielen. Da muss ich mal gucken. Final Fantasy X vielleicht auch. Hat er mir Knights of the Empire hat er mir mitgebracht. Da hat er mir ja auch noch gar nichts drüber erzählt. Das habe ich mir auch noch überhaupt nicht angeguckt. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was mich da erwartet. Dann hat er mir mitgebracht, sehr spannend, sehr gespannt bin ich da, The Elder Scrolls Teil 3, Morrowind, wo ja ganz viele sagen, das ist das Beste der Reihe. Oblivion mochten ja viele nicht und Skyrim mochten natürlich sehr viele, aber viele sagen mir, Morrowind sei total gut gewesen. Und das werde ich mir auf jeden Fall angucken, je nachdem wie das meine Zeit natürlich zulässt. Aber es wird einfach auch mal Zeit, dass ich einen Teil der Elder Scrolls Reihe spiele und mich auch mal mehr mit Nicht-Japano-Rollenspielen beschäftige. Und dann hat er mir etwas mitgebracht, was mich schon länger interessiert hat, weil ich glaube, das könnte mir echt gefallen. Und zwar ist das Far Cry Instincts. Also Far Cry. Dann noch hier, meinte er, eine Erweiterung davon. Far Cry Instincts Evolution. Ich glaube wirklich, dass Far Cry hat ja, soweit ich das mitbekommen habe, ein Gameplay, was halt, naja, du bist halt auf so einer Insel und musst dich gegen Söldner durchsetzen. Und du hast halt viele Methoden, die zu töten. Du kannst die von hinten erdeuchen, du kannst den Pfeil legen, du kannst die an Ablenkungsmanöver setzen und die von hinten erschießen. Manchmal kannst du wahrscheinlich auch einfach draufballern oder Leute umsnipern. Also ich habe von dem Spiel den Eindruck, dass man wirklich, wirklich frei entscheiden kann, wie man durch dieses Spiel geht. Und das überzeugt mich. Und dass das Spiel nicht nur ein Geballer ist oder dass du, wie bei Call of Duty oder Modern, also so stelle ich mir die Spiele jetzt vor, dass es halt ganz oft auch einfach, dass du in wilden Kriegsgebieten bist und dich da behaupten musst. Sondern dass es hier halt wesentlich ruhiger vorgeht und dass du halt viel mehr Zeit zum Überlegen hast und halt wirklich taktisch an das Ganze reingehen kannst. Und vielleicht auch einmal, wie was ich bei Metal Gear Solid so mochte, auch manchmal vielleicht einfach mal rumschleichen kannst und die Leute irgendwie anders austricksen kannst. Deshalb werde ich mir auch vor allem Far Cry mal angucken, weil jetzt auch gerade Far Cry 3 rausgekommen ist, was ich natürlich jetzt nicht spielen kann oder werde. Ja, und dann komme ich auch mal mit der Xbox in Berührung. Dann habe ich noch Assassin's Creed weitergespielt und bei Assassin's Creed bin ich mittlerweile da angelangt an dem Punkt, dass ich sage, ist nichts für mich. Es ist einfach so, dass ich bei Assassin's Creed gerade das Gefühl habe, dass Assassin's Creed hat eine geile Story. Das stimmt, hat eine schöne Musik, hat eine sehr schöne Gestaltung, schöne Landschaft. Aber das Gameplay ist kotzlangweilig. Tut mir leid, das ist einfach, du wirst immer von A nach B geschickt. Du weißt immer genau, wo du hin musst und du kannst nirgendwo anders hin und wenn du mal vom Weg abweist und dir ein bisschen die Landschaft anguckst und versuchst, was zu entdecken, dann gibt es nichts zu entdecken. Ich habe noch nicht einmal irgendwo irgendwas gefunden. Das heißt, du weißt genau, okay, du reitest jetzt da hin. Dann passiert was und dann musst du den und den umbringen oder das und das retten oder das und das finden und du kannst zwar ein bisschen über Dächer oder Sachen klettern, aber es bringt nie was, weil es egal ist, ob du jetzt über die Dächer dahin kletterst oder ob du einfach den Weg lang gehst. Und wenn du außerhalb bist, reitest du halt von A nach B. Du brauchst dich an der Seite anzuhalten und irgendwo hoch zu klettern, das ist egal. Außer die sagen dir, dass du es machen sollst. Die Kämpfe finde ich auch sehr langweilig, weil du einfach nur drückst. Du bestimmst nicht frei die Kämpfe, genauso beim Klettern. Du drückst nur, aber du bestimmst nicht wirklich, wie du jetzt irgendwo hochkletterst oder irgendwo hinspringst. Und das ist jetzt eine Kritik, die wohl ganz, ganz viele teilen, habe ich gemerkt. Ganz viele haben mir geschrieben, dass die Assassin's Creed 1 auch nicht so gut fanden, dass Teil 2 das alles gebessert haben soll und dass ich Teil 2 spielen solle. Jetzt habe ich aber nicht Teil 2, ich kann mich nur an Teil 1 orientieren und den finde ich im Moment eigentlich recht langweilig spielerisch. Ich glaube nicht, dass ich den Teil weiterspielen werde, vor allem nicht, da mir alle ziemlich meine Kritikpunkte bestätigt haben. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal mit Teil 2 in Berührung, wenn er wirklich an sich zu vielen Punkten gebessert haben soll. Assassin's Creed 3 soll ja auch nochmal irgendwie besser sein, auch wenn viele Assassin's Creed 3 jetzt als schlechtestes Spiel 2012 gewählt haben. Nicht am meisten, aber doch schon mit am meisten. Aber da wurde ein anderes Spiel deutlich öfter genannt, aber das liegt in einem ähnlichen Genre. Ja, das war es, würde ich sagen, bei Spiele. Dann gehen wir mal weiter zu YouTube. Ja, YouTube habe ich den neuen Menüpunkt genannt. Ich habe ihn nicht mehr Videos genannt, weil ich halt generell auf YouTube auch mal eingehen möchte. Das gibt mir die Gelegenheit, nicht nur über meine Videos, meine Kanäle und meine Pläne zu reden, sondern auch mal über Dinge, die YouTube an sich betreffen. So habe ich zum Beispiel neulich mal ein YTT-Video gesehen, obwohl ich YTT an sich nicht mag. Aber das war die Parodie von dem alten Goethe-Video, Somebody that I used to know. Und das haben sie halt nachgestellt, dass er angemalt wurde. Und dann, ihr Schweine habt mich angemalt. Ich konnte nicht mehr verlachen. Es war so witzig. Also das war eine echt richtig arschgute Parodie. Es war, gesangstechnisch war das okay. Videotechnisch natürlich super. Die Jungs machen videotechnisch eine gute Sache. Aber es war diesmal auch irgendwie witzig und hat gepasst. Oft finde ich ihre Parodien echt sehr flach und nicht so witzig, aber das Ding fand ich gut. Habe ich natürlich auch unten mal verlinkt. Dann bin ich von Alberto mittlerweile komplett weg, weil es total langweilig geworden ist. Er macht weniger Videos. Ist eigentlich gut. Das zeigt, dass er wohl viel zu tun hat, privat beruflich. Obwohl ich eigentlich gedacht hatte, er macht mit YouTube eben genug Geld. Er hat ja genug Abonnenten. Und ich weiß ja, was Klicks und Werbung schon für mich so bringen. Und wenn ich das dann mal so hochrechne, wenn ich schon ein gewisses Geld dafür kriege, dann will ich gar nicht wissen, was solche Leute kriegen. Und gewisse Leute aus anderen Netzwerken. So Grand Commander Krieger oder sowas. Ja. Dann habe ich ja natürlich diese YouTube Videos mir angeguckt. Von den Liedern von Hobbit. Die gucke ich mir eigentlich ständig an. Und das war es jetzt an dieser Stelle. Ich wollte nur anmerken, dass ich demnächst auch mal, wenn ich auf ein tolles YouTube Video treffe, dann möchte ich es jetzt an dieser Stelle halt auch verlinken. Zum Beispiel ein Video ist mir mal aufgefallen. Ich finde es auf der YouTube Startseite, finde ich im Moment eigentlich alles ganz okay. Ich finde es natürlich kacke, dass nicht angezeigt wird, wenn du neue Kommentare hast. Das haben sie aber beim letzten Mal auch erst später eingebaut. Du wird angezeigt, Nachrichten, aber nicht mehr Kommentare. Ich hoffe, dass bauen sie irgendwie noch wieder neue mit ein. Außerdem haben sie im Moment den Bug, wenn du mehr als 100 Nachrichten bekommst, dann hört man 99 auf. Da steht da 99 Nachrichten. Das habe ich eine Zeit lang habe mich das geärgert, weil ich habe gedacht, okay, ich kriege keine neuen Nachrichten mehr und hatte aber doch schon weit über 100. Und habe dann, naja, die Auswertung habe ich schon gemacht. Obwohl ihr heute noch Zeit habt, wenn jetzt jemand natürlich noch was einschickt zu meiner Abstimmung, zu meinem Gewinnspielvideo, dann werde ich das natürlich mit. Trotzdem habe ich das alles schon mal ausgewertet. Und da sind überraschende Sachen bei. Also gefällt mir sehr gut die Auswertung. Vor allem sind da sehr interessante Sachen für mich dabei, was halt die Videos angeht, die ihr von mir am besten fandet. Aber ich habe festgestellt, dass das Spielejahr 2012 für mich sehr, sehr mau war. Ich tue mich ganz schwer damit, meine Lieblingsspiele 2012 zu benennen, weil die meisten geilen Spiele, die ich 2012 gespielt habe, sind entweder alte Spiele, auf die ihr mich gebracht habt, oder sehr viele Spiele, die in 2011 rausgekommen sind. Die ich halt jetzt erst so langsam gespielt habe. Ist ganz komisch, dass 2012 eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Spielejahr war. Also aus meiner Sicht jetzt. Und sehr interessant, was die Konsole angeht. Und eigentlich waren alle Kategorien recht interessant. Ja, wie gesagt, das kommt dann eigentlich demnächst. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich das Video machen werde. Die Gewinner werde ich natürlich gleich morgen Nacht auslosen und die benachrichtigen, damit sie ganz schnell ihre Spiele dann kriegen. Ansonsten habe ich halt, wie gesagt, jetzt mir ein bisschen Gedanken gemacht, meine Videos, meine Vlogs werde ich so lassen. Ich werde halt immer mehr weiter versuchen, immer mehr Real-Life-Parts mit reinzubringen. Nicht jeder Vlog wird jetzt so lang wie dieser hier. Meine Güte. Ich habe diesmal einfach unglaublich viel zu erzählen. Es ging, der Hobbit war viel zu erzählen. Es kam bei Spiele, kam die Wii U raus. Ich habe viele Spiele geschenkt bekommen und es gab einfach sehr, sehr viel zu erzählen. Es gab ja sogar diesmal neue Bücher. Und dafür wird Sport gleich kürzer. Und ich habe überlegt, meine Team-Reviews, die möchte ich anders machen. Ich möchte jetzt auch mal einfach kurze Sachen machen, dass ich mir einfach mal ein Spiel schnappe und zu diesem Spiel dann auch mal spontan meine Meinung abgeben kann. Das heißt, ich werde die jetzt wieder bündeln. Ich werde wieder drei bis fünf Team-Reviews in einem hochladen mit Verlinkung, weil ich jetzt zum Beispiel halt auch mal dieses, klar habe ich auch dieses Mega-Man-Streetfighter-Ding zu dem 25-jährigen Geburtstag von Mega-Man gespielt. Habe ich mir angeguckt das Ding und hätte dazu jetzt halt gern ein kurzes Video-Statement irgendwie gemacht. Und das werde ich jetzt in Team-Reviews machen. Das Spiel spielen, Video-Szenen aufnehmen und dann einfach vielleicht so zehn Minuten erzählen, wie ich das Spiel fand und bla bla bla. Und das nicht immer zu einem Team-Review zu so einer Art Let's Play zu machen oder Let's Show. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Schon auch mal ein bisschen länger. Es kann auch mal sein, dass ein Team-Review wieder länger geht. So wie das Warcraft-Ding zum Beispiel. Das hätte ich genauso gemacht jetzt. Aber halt auch mal kürzere Dinge. Und ja, lasst euch dann mal überraschen, wie ich das dann demnächst mal so machen werde. Ja, ich würde sagen, das war es mit der Kategorie YouTube. Und dann gehen wir mal weiter zu Sport. Ja, und bei Sport, da erstmal habe ich jetzt wieder endlich regelmäßig eine Gruppe beim Fußball und gehe einmal die Woche im Moment zum Fitness. Das heißt, ich bin bei drei, zweimal die Woche Sport. Und das ist auch echt Pflicht. Das muss einfach echt sein. Ich merke sofort wieder, wie es mir besser geht. Und wie man wieder in seinen Trott reingekommen ist. Das ist echt Pflicht. Ja, aber da gab es nicht so viel Spannendes zu erzählen. Viel spannender war natürlich erstmal, dass Werder Bremen schon wieder nur unentschieden gespielt hat. Jetzt sind sie da echt irgendwo in der Mitte gelandet. Es ist echt, naja, jetzt ist Winterpause. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und dann war natürlich Wrestling, der Pay-Per-View. Tables, Letters and Chairs 2012. Xi Jinping hatte sich aber leider verletzt, deshalb wurde das abgesagt. Und dann wurde dieses Six-Man-Tag-Team-Match rausgemacht. Was wrestlerisch auf jeden Fall sehr geil war. Es war natürlich interessant, dass The Shield total unbekannt war. Aber was die sechs da echt teilweise für Moves gerissen haben, was die da für Wrestling gezeigt haben und für Action gezeigt haben, das fand ich an sich eigentlich ziemlich geil. Ich fand nur den Ausgang komisch. Ich finde die Story-Entwicklung mit The Shield jetzt eigentlich ganz seltsam. Und vor allem ist es einfach irgendwie komisch, dass Kane, Ryback und Daniel Bryan in einem Team verlieren. Weil das eigentlich alles gute Wrestler sind und Kane und Ryback sind eigentlich Monster. Kane ist sowieso sehr schwach geblieben in diesem Kampf. Dann ist natürlich Big Show hat Sheamus besiegt, was ich nicht erwartet hätte. War eigentlich recht vorhersehbar inszeniert, der Kampf. Der Ausgang jetzt nicht, aber okay, war ganz interessant. Dann, dass John Cena und AJ Ding fand ich eigentlich nur albern, dass AJ jetzt in der Richtung aufgezogen wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einfach, kann man jetzt auch mal lassen, das mit AJ. Der Kampf war mir dann eigentlich recht Wumpe. Dann finde ich es interessant, dass Cesaro dann doch wieder gewonnen hat. Ich finde den Typen eigentlich recht uninteressant. Ich finde es gut, dass Kofi Kingston seinen Titel verteidigt hat, weil ich mag Wade Barrett überhaupt nicht. Aber im Endeffekt ist es mittlerweile eigentlich so, dass ich mit dem Pay-Per-View nachdrücklich mal angeguckt habe nebenbei. Aber dass mich Wrestling im Moment eigentlich immer weniger interessiert. Es war eine Zeit lang ganz witzig, sich alles mal wieder anzugucken, die alten Gesichter, aber viele der alten Gesichter sind halt weg. Triple H hat jetzt auch so gut wie aufgehört, der Undertaker hat so gut wie aufgehört, der wird vielleicht nur noch einmal bei Wrestlemania auftreten. The Rock macht halt nur nochmal sein Royal Rumble Match da, vielleicht gewinnt er das und ist dann gleich wieder weg. Und auch Kane scheint irgendwann bald am Ende zu sein. Er macht zwar nur noch seine Sachen, aber von den Neuen überzeugen mich einfach zu wenige. Okay, Rey Mysterio ist ja auch wieder dabei jetzt, aber es ist nicht mehr das Gleiche. Und deshalb werde ich es mir immer mal so ein bisschen angucken, die Pay-Per-Views vielleicht oder Wrestlemania wegen des Undertakers. Mal gucken. Ja, das war es dann auch bei Sport, dann gehen wir mal zu Sonstiges. Ja, bei Sonstiges. Ich habe ja Besuch bekommen von Tobi und seiner Freundin und ja, ich würde sagen, bevor ich da jetzt groß drüber erzähle, zeige ich das nochmal so ein bisschen. Ja, normalerweise ist ja eine einstellige Uhrzeit morgens nicht so die Uhrzeit, weil ich schon unterwegs bin und aufstehe. Aber wenn der Besucher aus Lübeck, ich komme endlich mal wieder jemand besuchen, Tobi, ja, wenn der unbedingt schon um neun Uhr hier sein will, dann muss ich wohl auch um neun schon beziehungsweise halb neun aufstehen. Ich bin jetzt hier am Hauptbahnhof, hole ihn jetzt ab und ja, ist ja auch lang genug her, dass ich mich mal wie jemand besucht hat. Jetzt werden wir ein bisschen zocken, keine Ahnung. Er bringt seine Freundin mit und dann werden wir uns mal zu dritt die Wii U angucken oder ein bisschen Mario Party spielen. Mal gucken. So, ich war jetzt schon am Hauptbahnhof und es ist, warte mal, ich guck mal kurz. Ja, immer noch verdammt früh. Ich habe da was eingesammelt. Hoi. Wer seid ihr denn? Ich bin Tobi und ich bin Animo. Genau. Und wir gehen jetzt hoch und mal, achso, wir gehen jetzt hoch und mal gucken, irgendwas spielen oder so. So, ja, wir haben jetzt fleißig so ein bisschen gespielt und so. Was haben wir denn, was haben wir alles gespielt? Wir haben Wii U gezockt, wir haben Nintendo Landeiser ausprobiert und ein bisschen Super Mario Wii U oder so. Ähm, ja, und du hast Mad World ein bisschen gespielt, ne? Das auch. und naja, das ist nicht mein Geschmack irgendwie. Ja, es wird halt schnell langweilig. Genau. Aber, äh, Nintendo Land haben wir ja, äh, war ganz witzig, also sind ganz nette, witzige Minispiele dabei. Was ich da so genau von halte, erzähle ich dann ja gleich nochmal in Ruhe. Dann, ein bisschen haben wir ja Mario Brothers noch gespielt mit diesem Tablet Ding. Da hat vor allem sie da hinten, hat ihn immer ganz viel geärgert, dass er überhaupt nicht mehr klar kann. Was haben wir noch? Mario Party haben die gespielt, während ich ein bisschen gekocht hab. Und, ähm, The Binding of Isaac hat er kurz ein bisschen angetestet. Genau. Ja, das ist so unsere, und wir haben King of Tokyo noch kurz gespielt und das ist so bisher unsere Bilanz des Tages, so. Jetzt drehen wir gleich noch ein Video und, äh, dann sind wir fertig, ne? Ja. So, wir haben noch was aufgenommen für eine Top-Term. Ich verrate natürlich nicht, welches Thema, ne? Das wäre jetzt, so, äh, und wie war so? Super, einser, bitte gern so, öfters hier, kommen wir jetzt. Nö. Ja, nee, ist klar. Nö, war witzig, ne? Jo. Haben wir uns einen netten Tag gemacht. Ja, äh, die fahren jetzt wieder zurück nach, äh, Lübeck. Genau, nach Lübeck mit dem schönen Zuch da hinten am Bahnhof und ich sag mal, tschüss. Tschüss. Bis bald. Ne, wir sehen uns hier, knicknack. Ja, mehr habe ich auch nicht aufgenommen. Man hätte bestimmt mal mehr aufnehmen können, aber ich habe mit ihm, äh, sie war auch kurz zu sehen und mit ihm ein Video zusammen gedreht und zwar eine Top-Ten, über welches Thema möchte ich an dieser Stelle, denke ich mal, noch nicht verraten. Ähm, wobei, warum nicht? Es geht um unsere Top-Fünf-Shooterspiele. Ja, hättet ihr nicht gedacht, dass ich auch Top-Shooterspiele habe, ne? Gerade deshalb habe ich das auch so ein bisschen gemacht, damit ihr auch mal so andere Sachen seht, von ihm natürlich auch, aber auch mal so eine andere Seite von mir, dass ich durchaus auch mal Shooter gespielt habe oder vielleicht sogar ja auch immer noch spiele. Ich spiele ja auch Half-Life 2. Im Moment ja nicht, aber generell verfolge ich auch Half-Life 2. Da habe ich voll Bock drauf gerade. Ich glaube, gleich nach diesem Video mache ich mal eine Stunde Half-Life 2. Da habe ich jetzt voll Lust drauf. Total witzig gerade. Auch wenn mich der Part mit diesen ganzen Löwen, mit den Ameisen-Löwen gerade ein bisschen annervt. Aber ansonsten, ich will da jetzt hauptsächlich mal durch. Ähm, war super, war super. Hat super Spaß gemacht, der Sonntag. Wir haben sehr viel gespielt. Wir haben sehr viel die Wii U ausgetestet. Er hat mir tolle Spiele geschenkt. Die beiden haben auch was von mir bekommen. Und, ähm, ja, wir hatten eine super Zeit zusammen. Wir haben lecker, lecker gekocht. Wir haben lecker gegessen. Und haben einfach sonst, wir haben auch King of Tokyo haben wir eine Runde gespielt. Das ist eine Brettspiel da oben. Und hatten einfach einen super Sonntag. Gerne immer mal wieder. Und ich sage es auch immer wieder, ihr könnt mich auch gerne jederzeit besuchen. Ich habe hier Zeit, ich habe hier Platz. Dann kann man mal was spielen. Wenn ihr, vor allem wenn ihr hier aus der Nähe kommt, einfach mal ein paar Stunden rüberkommen. Mit dem Übernachten ist das dann immer so eine Sache. Da muss man, da muss ich mir natürlich gleich mehr Zeit nehmen dann. Das muss man, da muss man das halt ein bisschen länger planen. Und ich fahre jetzt auch mal den Rainer oder so besuchen. Vielleicht kann man sich dann in Mainz, wenn Leute aus der Nähe von Mainz kommen, könnt ihr euch ja schon mal anmelden bei mir. Dann kann man sich vielleicht da dann auch mal kurz treffen. Ich will ja nicht immer nur bei ihm dann in der Bude hängen. Ich weiß nicht, vielleicht will er das auch gar nicht. Ich habe ihn noch nicht mal gefragt, aber ich denke schon, das wird er ja ganz witzig. Ja, ansonsten, warte mal, genau, ansonsten habe ich bei mir mal was probiert. Und zwar haben wir im Moment bei Penny im Angebot so eine Milka, seht ihr die? Milka mit Tuck, also Tuck-Kekse mit Milka-Schokolade drumherum. Das fand ich so interessant, dass ich die echt probieren musste. Ich habe davon nicht mehr viel, ich habe die geteilt an den einen Spieleabend. und dann haben wir die zu viert gegessen und am Anfang fand ich sie noch interessant und habe auch noch gesagt, es könnte mehr Tuck dabei sein, aber im Nachhinein ist es nicht so mein Fall. Es schmeckt halt, du hast erst diesen salzigen Tuck-Keks als Geschmack und dann die süße Schokolade und das ist wahrscheinlich auch Absicht gewesen, aber es ist nicht mein Fall. Die anderen fanden es auch nicht so gut. Ja, und apropos Spieleabend, ich war mal wieder bei Moritz und Mario und Anita waren mal wieder im Lande und da habe ich natürlich auch mal so ein bisschen gefilmt. Es gibt ihn noch, da ist der Choco, damit ihr mal aufhört zu fragen, wie es den beiden Hunden geht. Ne, Choco gibt es noch und die gibt es auch noch. Charly gibt es auch noch und Anita auch. Mario auch. Sie leben noch. Achso, den gibt es ja auch noch. Ich wohne hier. Charly mag Tortilla-Chips. Wir können die kaum weghalten davon. Hallo, ihr findet gerade. Ist doch egal. Unser Spiel im Moment ist ziemlich witzig. Das ist sehr unausgegnissen. Wir haben jetzt das sechste Spiel oder siegt das? Jedes Spiel war irgendwie 6, 8, 10. Jetzt haben wir 14 Punkte. Gerade echt schwarz, aber irgendwie alle Spiele sind total... Schweideteuer. Ja, und irgendwie alle immer so einseitig. Wir mischen, Mario hat gerade sortiert und jetzt kommen die richtig spannenden Spiele erst richtig zu Standard. Bei weitem. So. Wir sind durch. Die anderen haben so ja, minus 20, plus 14, minus 38. Minus 44. Sagen wir mal, das Leben ist gerecht. Ich habe 102 Punkte habe ich. Die haben alle Minus. Minus 38, minus 20, minus 44 und ich habe 102 Punkte. Ich kriege für die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall keine Frau. Wenn man jetzt dem Spruch glauben soll, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Sag mal, dein Handy ist ja kaputt. Ja, das ist schon lange kaputt, aber es funktioniert, der ganze Touchdown, das funktioniert alles noch einwandfrei. Okay. Ja, war witzig. Alter, der Spieleabend, das war echt Wahnsinn. Ich habe so, ich habe, am Anfang habe ich noch zwei Runden verloren und dann habe ich so gut wie alles nur noch gewonnen. Ich hatte so Hammerblätter, vor allem halt immer mit meinen Partnern zusammen. Ich habe am Ende, wir haben drei Runden gespielt mit zwei Pflicht-Sodi und ich hatte meine Pflicht-Sodi bis zum Ende, weil ich immer gute Karten bekommen habe, aber nie einen Solo. Und tatsächlich hatten wir eine Runde mal schwarz, da haben wir Moritz und ich die beiden schwarz gespielt. Wir hatten alles. Ich hatte ein Schweinchen, hatte Damen, er hatte die Herz 10, glaube ich. Ne, ich hatte auch noch eine Herz 10. Er hatte eine Herz 10, die beiden Kreuz Damen als Hochzeit und auch noch, wir hatten alle Trümpfe. Die anderen hatten keine Chance. Dann am Ende hatte ich noch Pflicht-Soli über und habe auf einmal zwei Soli hintereinander bekommen für jeweils 18 Punkte. Es war einfach nur, das eine Mal habe ich einen Fleischlosen gegeben bekommen. Ich hatte nur Asse und Zähne. Es war einfach, ich konnte das Ding hinlegen. War echt interessant. Also Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Wenn man dem glauben sollte, kriege ich die nächsten Jahre keine Frau mehr. Bin ich im Moment sowieso nicht in Stimmung für, aber muss ich mich mal vorsehen, dass ich demnächst mal wieder irgendwas verliere. Ich habe lange keinen Bonanza mehr gespielt. Oder Dominion. Das muss man wieder sein. Apropos, die meinten, es gibt eine neue Dominion-Edition, und die muss ich mir jetzt gleich erst mal kaufen. Ja, das war es dann auch für Sonstiges. Dann ist mein Vlog tatsächlich vorbei. Der war diesmal sehr, sehr lang. Das weiß ich. Auf der anderen Seite finde ich es gut. Ich meine, es ist doch schön, wenn ich viel zu erzählen habe. Es waren ja auch dieses Mal viele Real-Life-Szenen dabei. Und es ist ja auch viel passiert. Der Hobbit, die ganze Wii U, die ganzen Spiele, Wrestling. Es ist diesmal in eigentlich jeder Kategorie irgendwas passiert. Es wird auch mal sein, dass Kategorien näher bleiben. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Dieser Vlog ist mir auch gerade mal aufgefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schreibt wie immer eure Gedanken. Wie gefallen euch die Vlogs? War ihr euch zu lang? War ihr euch zu, keine Ahnung, zu kurz? Wie gefallen euch die Tuck-Milker-Schokoladen-Kekse hier? Was sagt ihr zu den Spielen? Schreibt zu jedem immer eure Kommentare. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Euer Tim sagt Tschüss.